Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, beziehungsweise ehrlicherweise noch nicht so richtig den ersten. Ich habe es tatsächlich vor ein paar Tagen angekündigt, in unserem, beziehungsweise meinem 50.000 Abonnenten-Special. So viele sind wir tatsächlich jetzt auf YouTube. Und da habe ich erzählt, dass ich unfassbar gerne Podcasts höre. Also pro Tag, wild alles durcheinander, aber bestimmt drei Folgen im Schnitt. Also so auf 20 gehörten Podcast-Folgen pro Woche komme ich bestimmt. Und ich hätte auch gerne immer einen gehabt. Ich habe halt nur keinen Zeitkick gehabt und ich wollte mich ehrlicherweise auch nicht alleine vor das Mikrofon setzen und dann einfach reinsprechen. Weil genau das mache ich ja schon mit YouTube-Videos und da weiß ich jetzt nicht, was der Unterschied zu einem Podcast ist. Und ich höre ehrlicherweise auch lieber Podcasts, wo zwei vor dem Mikrofon sitzen. Und diese Nummer zwei habe ich gar nicht gefunden, sondern hat mich gefunden. Und ich habe auch schon angekündigt, wer es ist. Es ist Ken Kuyper. Hallo Ken, vielleicht stellst du dich direkt erst einmal vor. Ja, einen wunderschönen guten Morgen Melchior und natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen an alle, die das hier hören. Mein Name ist Ken Kuyper. Ich bin Diplom-Finanzwirt, Steuerberater, einer der jüngsten Steuerberater, die es in Deutschland gibt. Und ja, ich habe den Melchior kennengelernt, witzigerweise über ein anderes Podcast-Projekt und habe gemerkt, das passt irgendwie zwischenmenschlich. Und insofern freue ich mich, dabei zu sein, freue mich so ein bisschen, meine Einblicke aus der Welt der Steuerberatung geben zu können. Ich habe allerdings, bevor ich Steuerberater wurde, auch selber einige Selbstständigkeiten schon gehabt. Das heißt, ich gucke auch immer ein bisschen aus der Brille der Selbstständigkeit. Und deswegen glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Kombi zwischen uns beiden, die dazu sorgt, dass dieser Podcast hier nicht zu theoretisch wird, sondern dass wir immer auch persönliche Erfahrungen einfließen lassen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Und also genau das ist mir auch wichtig. Deswegen, liebe Hörer und Zuschauer, übrigens für alle, weil die meisten von euch werden Zuschauer sein, weil wir es natürlich auch auf dem YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige hochladen. Aber ihr findet uns dann natürlich auch überall anders, wo man so Podcasts findet. Deswegen da gerne auch vorbeischauen oder hören, denn ja viel mehr. Ich muss jetzt so umlernen, dass es auch Kanäle nur für Hören gibt. Hast du gesagt, wie alt du bist? Du hast gesagt, du bist zwar einer der jüngsten Steuerberater, aber wie alt bist du genau? Ich bin 25 Jahre alt, war beim Finanzamt auch, das heißt, ich kenne auch die andere Seite und kann da, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven mitbringen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir die nächsten Folgen so alles erkunden werden. Und was ich da tatsächlich ganz spannend finde, für dich ist das vielleicht, ich würde mal sagen, selbstverständlich. Du hast gesagt, du bist Diplom-Finanzwirt und ich habe tatsächlich, und das möchte ich gerne auch in Zukunft immer wieder machen, weil wir bekommen ja regelmäßig auch Kommentare unter unseren Folgen jetzt, aber auch generell haben wir ja den Luxus, dass es schon eine bestehende Community gibt. Und ich habe tatsächlich Anfang der Woche einen Kommentar gelesen im Sinne von, ah, ich habe da schon mal mit jemandem gesprochen, der ist Diplom-Finanzwirt oder Betriebsfinanzwirt. Ach, das ist doch alles auch irgendwie das Gleiche. Ist es nicht. Und du kannst es mir erläutern, weil du Diplom-Finanzwirt bist. Was ist die Definition von einem Diplom-Finanzwirt und wie unterscheidet sich ein Diplom-Finanzwirt eigentlich von einem Diplom-Betriebswirt? Also Diplom-Finanzwirt ist ein Studienabschluss, ein akademischer Grad, der Stand jetzt nur noch von den Verwaltungshochschulen vergeben wird. Also wenn du über ein BWL-Studium gehst und darüber zum Steuerberaterexamen beispielsweise kommst, dann kann es sein, dass du Bachelor of Science oder Master of Science bist oder je nach Hochschule vielleicht auch noch Diplom-Betriebswirt. Das ist ja in der normalen akademischen Laufbahn ist die Diplomierung ja mittlerweile ein aussterbendes Modell. Aber Diplom-Betriebswirt heißt eben, du hast einen BWL-Schwerpunkt gehabt und kommst eben über so einen Weg aus der freien Wirtschaft. Und Diplom-Finanzwirt wird aktuell nur noch von den Finanzverwaltungen, von den Finanzämtern ausgebildet. Das heißt, jeder, der Diplom-Finanzwirt ist, kommt auch automatisch aus dem Finanzamtsumfeld. Und das ist natürlich deutlich, deutlich steuerlicher geprägt. Also Betriebswirtschaftslehre, jeder, der das vielleicht studiert hat oder schon mal mitbekommen hat, weiß, das ist so ein großer Haufen von allen möglichen verschiedenen Themen. Da ist natürlich Steuern dabei. Da sind aber auch viele andere betriebswirtschaftliche Themen dabei, Marketing und Vertrieb. Das ist ein gutes Allround-Studium. Und Diplom-Finanzwirt ist aber viel, viel fokussierter nur auf Steuerrecht. Dementsprechend sind Diplom-Finanzwirte fachlich doch immer sehr gut und sind auch in der Beraterschaft unter den Steuerberatern auch sehr, sehr gerne gesehen, auch um Sonderprobleme zu lösen. Also es gibt auch sowas, das nennt sich Beratung für Berater. Das ist auch was, was ich mache. Das heißt, ich mache keine oder ich betreue keine normalen Mandate, wo man jetzt irgendwie eine Buchhaltung machen muss oder sowas, sondern ich löse Sonderprobleme für andere Steuerberater. Also wenn andere Steuerberater nicht weiterkommen, weil sie sagen, wir haben hier ein anspruchsvolles Einspruchsverfahren oder müssen vielleicht in die Klage gehen, weil wir uns mit dem Finanzamt streiten, dann beauftragen die mich damit, dieses Einspruchs- und Klageverfahren zu führen, weil die sagen, das schaffen wir in unserem Alltag gar nicht. Und weil die wissen, dass ein Diplom-Finanzwirt per se eben sehr nah an der Finanzverwaltung dran ist, weiß, wie da der Hase läuft und eben sehr juristisch geprägt ist. Das würde ich sagen, ist so der große Unterschied. Und ja, das Gute ist natürlich, ich war drei Jahre bei der Finanzverwaltung, das heißt, ich weiß so ein bisschen, wie der Laden läuft und war aber gleichzeitig auch trotzdem mehrere Jahre in der Steuerberatung. Deswegen kenne ich beide Seiten, die gute Seite, die böse Seite, die dunkle Seite, wie auch immer man das definiert. Und dementsprechend können wir das natürlich auch gerne in den Podcasts an der einen oder anderen Stelle einfließen lassen. Ich glaube, das finde ich gerade wahnsinnig spannend und das ist ehrlicherweise jetzt auch auf dem Kanal bisher wahnsinnig unterrepräsentiert, weil die Perspektive kenne ich ja gar nicht. Aber genau, das finde ich immer ganz interessant, weil ich merke, das wissen andere gar nicht. Diplom-Finanzwirt heißt quasi per Definition, zumindest wenn jemand in jungen Jahren diesen Titel trägt, die Person kommt halt ursprünglich mal irgendwo aus dem Finanzamt. Weil ehrlicherweise, also es gibt immer mal wieder Leute, die aus dem Finanzamt quasi rausgehen und quasi einfach steuerberatend tätig werden oder sich woanders einfach einen Job suchen. Andersrum ist der Weg, glaube ich, seltener, dass man sagt, man ist irgendwo extern und steigt dann quer ins Finanzamt ein. Deswegen, Diplom-Finanzwirt sagt auf jeden Fall Finanzamt Hintergrund und genau, du hast gesagt, du hast auch die Steuerberaterprüfung abgelegt und auch da gibt es auch immer viel Verwirrung und da knüpfe ich direkt meine Vorstellung an, denn Steuerberater ist auch nicht so ganz einfach, sich zu nennen. Das ist eine relativ aufwendige Prüfung mit viel Praxiszeit und solche Sachen und ich habe diese Prüfung nie abgelegt und ich habe ehrlicherweise auch, es stand jetzt nicht wirklich vor, diese Prüfung abzulegen. Das heißt, ich bin auch kein Steuerberater. Die Diskussion habe ich ehrlicherweise nicht so ganz häufig, aber doch immer mal wieder, die dann sagen, dass ich nicht in der Lage bin, inhaltlich richtige, korrekte Videos zu erstellen, weil ich diese Prüfung nicht geschrieben habe, wo ich mir denke, das heißt es jetzt nur nicht richtig, wirklich, weil fachlich, inhaltlich beschäftige ich mich seit 12, 13 Jahren speziell in der Steuerberatung mit den ganzen Themen. Aber mein Kerntätigkeitspunkt in meinem Leben war immer, ich habe halt Software entwickelt, also Steuersoftware, Buchhaltungssoftware und so weiter mitentwickelt und das ist halt keine Beratung. Und Beratung heißt halt, ich berate jemand irgendwie eins zu eins und helfe ihm ganz konkret bei seinem einen Fall, den er gerade hat und eine Steuersoftware zu bauen, ist halt mehr Softwareentwicklung. Da muss ich natürlich fachlich trotzdem wissen, was diese Software tun muss, aber ich bin halt nicht, Definition Steuerberaterkammer, ein Steuerberater. Und für YouTube-Videos und so ein Zeugs berate ich ja auch niemanden eins zu eins. Es ist ein Informationsangebot, was ich hier mache. Auch dafür kann, darf, sollte ich gar kein Steuerberater sein. Ganz wild finde ich übrigens die Bezeichnung Steuercoach. Das nutzen dann auch immer alle Leute, die irgendwas mit Steuern machen und unter Umständen beraten, aber eigentlich keine Berater sind. Ich finde den Begriff ganz Katastrophe. Liebe Grüße an den Rechtsanwalt, der eine Buchreview geschrieben hat auf Bücher.de. Es ist eine fantastische Buchbewertung, der hat mich Steuercoach genannt und ich sehe das ein bisschen als beleidigen, muss ich sagen, weil ich dann mit Alex Fischer und, keine Ahnung, den ganzen Heinis da irgendwie in einen Topf geworfen werde. Ich behaupte das von mir überhaupt, never ever. Für mich ist vor allen Dingen Coaching auch ein, ich würde mal sagen, ein Handwerk, was man Lehren erkennt. Für mich ist Coaching, ich bringe jemanden, befähige jemanden selbst, die Lösung zu finden. Das ist vielleicht meine Definition, aber das ist für mich Coaching. Und das kann in einem Karrierekontext, in einem privaten Kontext ist ein Coaching super sinnvoll. Aber wenn man zu jemandem geht und der nennt sich Steuercoach, das ist ja nicht das, was getan wird. Es wird ja nicht getan, dass einer mir jetzt die Welt erklärt und anschließend sage ich, ah, eine Holding wäre ganz gut, der berät mich ja. Der kommt mit dem Wissen und sagt mir, das ist für dich in deinem Fall das Beste. Und das ist per Definition halt einfach kein Coaching. Deswegen ist die Definition Steuercoach auch für mich absoluter Gehirnknoten. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Es ist halt kein geschützter Begriff und deswegen darf sich jeder so nennen. Ich würde mich so nicht nennen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich nenne. Ich sage meistens, ich mache halt irgendwas mit Steuern. Und inzwischen werde ich ganz häufig vorgestellt als Content Creator oder Influencer, was ehrlicherweise sich auch immer gleich so ein bisschen wie eine Abwertung anfühlt, aber es entspricht halt am ehesten der Wahrheit. Das heißt, ich komme mehr aus der Startup-Welt, aus der Software-Entwicklungswelt. Ganz klar Schwerpunkt Steuerrecht. Ich habe auch die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Ich habe viele Jahre Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Und ich kann das alles. Ich habe seit vielen Jahren auch mit in dem Markt zu tun. Und obviously, ich habe über 600 Videos veröffentlicht. Und es gibt zwar immer mal wieder Videos, die ich runternehme, weil sie falsch sind. Ich glaube aktuell so vier bis fünf, die ich nach Veröffentlichung online gestellt habe und dann gemerkt habe, shit, da ist ein Fehler drin. Das war es dann aber auch. Also das ist eine Quote von unter einem Prozent. Damit kann ich eigentlicherweise ganz leben. Und dann gibt es auch immer Leute wie Ken zum Beispiel, die meine Videos gucken und lässt sofort einen bösen Kommentar schreiben, falls was falsch ist. Das ist auch eine Anschuldigung. Hast du noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Wollte ich gerade sagen. War aber auch noch nie notwendig. Ja, aber ehrlicherweise haben es, also das gibt es natürlich, natürlich sehen die Videos inzwischen auch Steuerberater oder Rechtsanwälte, die in dem Bereich tätig sind. Und so das Feedback bekomme ich sofort. Von daher hat das alles nicht wirklich was über die inhaltliche Qualität zu sagen, aber es ist halt was anderes. Und deswegen, ehrlicherweise mag ich auch die Kombination aus von uns beiden sehr, weil du hast so die Finanzamtbrille und bist Steuerberater. Ich komme mehr so aus der Software-Startup-Welt, vielleicht jetzt ein bisschen Creator-Economy und du warst schon selbstständig, ich war schon selbstständig und ich glaube, da lässt sich was Cooles draus bauen irgendwie. Vielleicht geben wir den Hörern aber doch einmal noch mit, was haben wir eigentlich ganz konkret vor. Und das ist ganz lustig, weil du mich angeschrieben hast. Ich habe eingangs erzählt, dass ich eigentlich super gerne immer einen Podcast machen wollte mit jemandem zusammen. Trotzdem hast du mich angeschrieben. Was für einen Podcast hast du dir vorgestellt? Was soll das jetzt werden hier in den nächsten Folgen mit uns? Ja, also meine Idee ist so ein bisschen ein Podcast für Selbstständige, für Unternehmer, der natürlich am Anfang sicherlich eine gewisse steuerliche Fokussierung haben wird, weil ich glaube, das macht einfach in unserem Kontext am meisten Sinn. Wobei man auch dazu sagen muss, meines Erachtens eignet sich jetzt auch nicht jedes steuerliche Thema für eine Podcast-Folge. Also du hast ja viele Videos auch in YouTube auch schon verarbeitet, die auch vom Medium her, also gerade wenn es um viele kleinere Details geht, macht das ehrlicherweise als Video auf YouTube viel mehr Sinn. Das heißt, die Themen, die ich im Podcast besprechen wollen würde steuerlich, sind eher so übergeordnete Sachen. Also jetzt nicht so Sachen, wie füllst du dein Umsatzsteuer-Voranmeldungsformular richtig aus, weil dafür ist man sagt, es ist ein Audioformat suboptimal. Das wäre übrigens echt, da jetzt klicken, nicht ganz oben rechts, so halb in der Mitte, aber auch nicht der ganz rechts, sondern bis, ja genau, so stelle ich mir Audioerklärung vor für Elster Online. Also das ist, glaube ich, einfach nicht der richtige Weg, sondern ich denke eher so übergeordnete steuerliche Dinge, so Sachen wie, was sind die häufigsten Fehler, die man falsch machen kann, Achtung, Steuerfallen bei einer GmbH. Also so ein bisschen, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, wo muss ich besonders aufpassen, ohne dass wir euch irgendwie in Details ertränken, weil dafür ist, glaube ich, das Medium einfach auch nicht gemacht. Wobei mir auch vorschwebt, dass wir nach hinten raus, wenn wir mal wirklich die spannenden steuerlichen Dinge beackert haben, durchaus auch ein bisschen breiter gehen im Sinne von, vielleicht auch noch generell Finanzen mit reinnehmen, also so Sachen wie Finanzierung, wann macht es Sinn, Fremdkapital zu nutzen, wann macht es keinen Sinn, welchen Hebel darf ich ansetzen und so weiter. Also so Sachen, ein bisschen Betriebswirtschaft, Lehre, Finanzmanagement im Unternehmen, bis hin zu Unternehmertum, Selbstständigkeit generell. Was sind unsere Gedanken, für wen eignet sich das überhaupt? Also ich würde es tatsächlich so ein bisschen weiterfassen. Am Anfang steuerlich fokussieren, immer mal wieder steuerliche Inhalte auch bringen, wenn es was Spannendes gibt, wie zum Beispiel jetzt die E-Rechnung wäre so eine Folge. Klar, das ist jetzt gut, also macht man eine Folge drüber. Aber durchaus immer auch mixen mit übergeordneten Themen, die sich einfach rund um Selbstständigkeit, Unternehmertum drehen und bei denen es spannend ist, eben so eine Perspektive von uns beiden eben auch mal mitzubekommen, weil ich glaube, dass das eben in Deutschland einzigartig ist, weil die anderen Podcasts, die zwar auch unter Umständen auch die gleichen Themen beackern, trotzdem immer eine andere Perspektive haben. Ja, genau und deswegen mag ich die Kombi mit uns. Deswegen, wir gehen so ein bisschen, starten klar, irgendwie steuern, und das ist unser Background, deswegen da Schwerpunkt. Was vielleicht von der Zielgruppe auch noch interessant ist, gerade für diejenigen, die meinen YouTube-Kanal kennen, da versuche ich ja wirklich sehr eng nur auf Selbstständige zu gehen und Selbstständige bedeutet ganz häufig für mich Einzelunternehmen. Da kommen wir immer schon mit dem Kleinkarierten dazu. Aber selbstständig ist ja mehr ein Selbstbild, würde ich sagen. Ich bin selbstständig. Ich kenne auch relativ viele Angestellte, die sagen, so viele Freiheiten, wie ich habe, eigentlich bin ich quasi wie selbstständig. Ich kenne angestellte Geschäftsführer, die gar keine Gesellschafter sind in einer GmbH, die sich auch als selbstständig bezeichnen. Und die Zielgruppe, speziell jetzt für die YouTube-Videos, ist ganz häufig Einzelunternehmen. Ich kratze ein kleines bisschen, manchmal GbR oder UG, GmbH und sowas. Aber das würde ich bei uns eher offen lassen. Wir werden jetzt nichts für eine Finanzabteilung von Großkonzernen machen, aber eher so Leute, die sich ja als selbstständig Unternehmer bezeichnen, unabhängig davon, welche Rechtsform. Weil das wird dann ehrlicherweise auch sehr spannend, wenn man davon mal ein bisschen weitergeht. Aber wie du schon sagst, ich habe auf dem YouTube-Kanal auch mehr Tutorials. Und da eignet sich ein Podcast nicht so richtig, sondern es ist mehr so ein Erfahrungsaustausch. Du warst schon ein paar Mal selbstständig, ich auch. Ich habe auch fast alle Rechtsformen, die man so gründen kann, selber schon einmal irgendwie gemacht und alle Vor- und Nachteile erlitten. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zu den Videos, die es gerade gibt. Ich freue mich extrem darauf, aber wir haben noch ein riesengroßes Problem. Und zwar den Namen. Und zwar, wie nennen wir uns eigentlich? Ich möchte jetzt nicht den Podcast einfach Steuerfit-Podcast nennen, weil Steuerfit mache ich halt und jetzt ist Ken dabei. Ich weiß noch gar nicht, wo wir uns einblenden. Entweder da oder da bist du dabei. Und wir haben jetzt so ein bisschen Ideen hin und her geschickt. Und ich dachte mir, hey, eigentlich haben wir riesengroßen Vorteil im Vergleich zu anderen neuen Podcasts, die gerade den neu starten. Und zwar haben wir eine bestehende fantastische Community, die immer wieder kreative Glanzleistungen abliefert. Und deswegen dachte ich mir, du, ihr Zuhörer, Zuschauer dürft einfach unseren Namen bestimmen. Und da habe ich, ich stelle den Prozess einfach mal vor. Ihr habt jetzt die Möglichkeit unter dem Video, was ihr auf YouTube findet, also wenn ihr diesen Podcast jetzt auch bei Apple oder Spotify oder wo auch immer hört, geht mal auf YouTube, Steuerfit für Selbstständige, da gibt es das letzte Video. Das David, ist diese Folge da. Da könnt ihr uns dann auch einmal sehen. Und da könnt ihr in den Kommentarbereich euren Namensvorschlag reinschreiben. Und dann dürft ihr alle anderen gerne so auf gefällt mir, gefällt mir nicht durch die Kommentare gehen. Das machen wir, keine Ahnung, eine Woche oder so. Und nach einer Woche mache ich einen Post im Community-Tab mit den fünf Namensvorschlägen, die die meisten gefällt mir Angaben bekommen haben. Und dann dürft ihr abstimmen. Und dem beugen wir uns jetzt. Ich weiß noch, es gibt viele Beispiele dafür im Internet, dass sowas extrem schief geht. Wenn ihr uns jetzt irgendwas Anrüchiges macht, was gegen irgendwelche Apple- und Spotify-Nutzerbedingungen verstößt als Namen, dann möchte ich mir das Recht vorbehalten, dass wir das dann nicht nehmen. Ansonsten ist das aber gerne euer Job und ihr dürft eure kreativsten Ideen da platzieren. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Seid gnädig mit uns. Wir müssen mit diesem Namen durch die Welt laufen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich habe tatsächlich auch ein paar Ideen so für Formate und so weiter. Ich glaube, das entwickeln wir aber einfach im Laufe der Zeit. Das war jetzt ernsthaft jetzt so am Anfang erst mal so Vorstellungsrunde. Jetzt kennt ihr uns, also kennt mich. Und wir können vielleicht schon mal sagen, was die nächste Folge ist, weil die haben wir auch schon vorbereitet. Oder hast du hoffentlich vorbereitet? Nein. Also in der nächsten Folge wollen wir sprechen über Steuerfehler oder die gefährlichsten, teuersten Steuerfehltritte, die man sich so als Selbstständiger einigen kann. Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Die kommt dann, also Ziel ist irgendwann, alle 14 Tage einen Podcast zu veröffentlichen. Und die findet ihr, wie gesagt, quasi auf allen Plattformen, die es so gibt für Podcasts und Video natürlich auch. Wichtiger Aspekt an dieser Weise, wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Das werden wir auch alles nicht rausschneiden. Ken hat auf jeden Fall auch einen YouTube-Kanal. Den verlinke ich unten in der Videobeschreibung einmal. Ich weiß nicht, wie oft du da noch Videos veröffentlichen möchtest, aber man kann mal vorbeischauen. Die Videos, die es gibt, habe ich mir auch fast viele angeguckt. Nein, viele habe ich, aber nicht fast alle. Die Hälfte ungefähr, glaube ich. Ich habe, ich fange bald wieder an. Also der YouTube-Kanal war jetzt eine Zeit lang ruhig, aber ich fange bald wieder an. Deswegen, abonnieren schadet nicht, da kommt auf jeden Fall neuer Content. Fantastisch. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Wochen mit vielleicht schon dem Namen, vielleicht auch noch nicht ganz. Wahrscheinlich werden wir erst in der Folge danach ein Finalen haben. Aber bis dahin, habt eine schöne Zeit. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, wenn ihr jetzt die Kombi kennt, unsere beiden Perspektiven und Hintergründe kennt. Was, wie ihr euch das wünschen würdet. Wir sind im Augenblick noch sehr flexibel. Deswegen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Wünsche uns zu schicken. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020